Jetzt spielen Drawbord vs. Bash in Necropolis. Beide Level 10 sind das nicht. Nein, Drawbord ist Level 8. Mal gucken, wer stärker ist. Kriegst du da ein recht harter Kampf mit sogar schon sagen? Sind wir heute schon bei sehr guten Spielern gespielt? Ja. Ja, das hat gesessen. Das war ein wirklich harter Schlag. Ich bin sozusagen eingesperrt. Aber er fällt jedes Mal auf den Bellen-Trigger rein. Jedes Mal fällt er auf den Nachkommen rein. Jetzt ist es aber Zeit, das muss man wieder aufladen. Hm, scheiße. Ja. Ja. Ja.